Ein Gericht in Moskau hat den kreml-kritischen Star-Regisseur Kirill Serebrennikov wegen angeblicher Unterschlagung öffentlicher Gelder schuldig gesprochen. Das Strafmaß ist noch nicht bekannt. Das Verfahren hatte in Russland und international für Kritik gesorgt. Der Putin-Kritiker Serebrennikov soll laut Anklageschrift mehr als 1,7 Millionen Euro an staatlichen Geldern unterschlagen haben, die für ein Theaterprojekt gedacht waren. Die Staatsanwaltschaft hat sechs Jahre Gefängnis für den prominenten Regisseur gefordert. Serebrennikov hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen und die Anklage als absurd bezeichnet. Serebrennikov war im August 2017 festgenommen und unter Hausarrest gestellt worden. Erst im April 2019 durfte der Regisseur seine Moskauer Wohnung wieder unbeschränkt verlassen. Ihm wurde allerdings ein Ausreiseverbot auferlegt. Das Vorgehen der Justiz gegen den bekannten Regisseur wurde als politisch motiviert kritisiert. Russische und internationale Künstler protestierten gegen den Strafprozess gegen Serebrennikov, darunter der deutsche Regisseur Volker Schlöndorf und die Schauspielerin Nina Hoss.